Freunde, herzlich willkommen! Ich bin wieder Maxim. Ich glaube, dass ich Ihnen nicht erinnere, was im Oktoberfest passiert ist. Wir werden uns heute diese interessante Geschichte nachzudenken. 13. Helmut Müller, Felix Neumann und Bruno liegen hinter einem Busch und lauschen in die Dunkelheit. Psst, ich höre was. Tatsächlich, langsam kommt ein Auto ohne Licht den Weg entlang. Wir warten, bis sie vorbei sind. Und dann los! Felix gibt mit der Taschenlampe Lichtsignale. Hoffentlich hat Alfred aufgepasst. Na klar, du kennst doch Alfred, wenn der eine gute Story riecht. So, los jetzt! Die drei springen auf und schleppen Steine, Äste und eine Parkbank auf den Weg. Sie bauen eine Barrikade. Vorsicht, das Auto kommt zurück! Langsam rollt das Auto wieder ohne Licht den Weg entlang. Diesmal rückwärts. Mit einem hässlichen Geräusch fährt der Wagen in die Barrikade. Stille. Dann geht die Tür auf. Die drei hören, Idiot, kannst du nicht aufpassen? Du bist in den Wald gefahren. Quatsch, ich kenn doch den Weg. Das war vorhin noch nicht da. Mach mal Licht an. In diesem Augenblick rasen zwei Polizeiautos mit Scheinwerfern und Blaulicht den Weg entlang. Bruno sagt zu Helmut, Jungs, ich hau ab. Es war nett mit euch. Tschüss. Dann geht alles ganz schnell. Die Polizisten springen aus dem Auto und halten die beiden Männer fest. Müller erkennt einen der beiden. Es ist der Mann, der im Bierzelt vor der Toilette stand. Dann kommt plötzlich Alfred ins Licht. Er fotografiert. So, друзья, ну давайте же скорее переведем. Что же, что же, что же произошло? Итак, Helmut Müller, Felix Neumann und Bruno liegen hinter einem Busch und lauschen in die Dunkelheit. Итак, Helmut Müller, Felix Neumann und Bruno liegen hinter einem Busch und lauschen in die Dunkelheit. В темноту. Psst, ich höre was. Ну, это то же самое, как мы говорим css, да? Css, тише, то есть я что-то слышу. Tatsächlich. Langsam kommt ein Auto ohne Licht den Weg entlang. Действительно, медленно проезжает машина без света вдоль, вот это вот entlang, обозначает вдоль, вдоль дороги. Или den Weg entlang, да? Вдоль пути, вдоль дороги. Wir warten bis sie vorbei sind und dann los. Мы подождем, пока они, ну, sind vorbei, пока они не проедут мимо, а потом los, вперед. Felix gibt mit der Taschenlampe Lichtsignale. Felix подает с помощью фонарика Lichtsignale, да, световые сигналы. Hoffentlich hat Alfred aufgepasst. Я надеюсь, или надеемся, что Alfred hat aufgepasst, что Alfred заметил их, их, да, Lichtsignale. Ну, конечно, ты же знаешь, Alfred, если он унюхает, рих, да, если он унюхает, почувствует, унюхает хорошую историю, так, пошли. Die drei springen auf und schleppen Steine, Эсти und eine Parkbank auf den Weg. Трое выпрыгивают, aufspringen, выпрыгивают и таскают, schleppen камни, ветки, Эсти, это можно сказать, что от Аст, и парковую скамейку, скамейку на дорогу. Sie bauen eine баррикаде. Они строят баррикаду. Vorsicht, das andere Auto kommt zurück. Осторожно, машина возвращается. Langsam rollt das Auto, wieder ohne Licht, den Weg entlang. Diesmal rückwärts. Значит, медленно, машина медленно катится, rollt, rollen, она катится, снова без света, вдоль, ну, по дороге. В этот раз, rückwärts, задним ходом, mit einem hässlichen Geräusch, fährt der Wagen in die Barrikade. С отвратительным звуком, машина врезается, или въезжает, да, в баррикаду. Stille, тишина. Dann geht die Tür auf. Die drei, die drei hören. Потом дверь открывается, трое, ну, наша троица, слышат. Idiot, kannst du nicht aufpassen, du bist in den Wald gefahren. Idiot, ты не можешь быть, ну, поосторожней, ты въехал в лес. Quatsch, ich kenne doch den Weg. Quatsch, друзья, это ерунда, или глупость. Ерунда, я знаю путь. Das war vorhin noch nicht da. Mach mal Licht an. Этого не было раньше. Включи свет. In diesem Augenblick rasen zwei polizei-autos mit Scheinwerfern und Blaulicht den Weg entlang. В этот момент, в этот момент, в эту секунду, по дороге мчатся разом, там очень быстро ехать, мчатся, две полицейские машины с Scheinwerfern, с фарами включенными и Blaulicht, с мигалкой. Bruno sagt zu Helmut. Все проходит, происходит очень быстро. Die polizeisten springen aus dem Auto und halten die beiden Männer fest. Полицейские выпрыгивают из машины и задерживают, festhalten, задерживают двоих мужчин. Müller erkennt einen der beiden. Müller узнает одного из двух. Es ist der Mann, der im Bier zelt vor der Toilette stand. Dann kommt plötzlich Alfred ins Licht. Er fotografiert. Затем внезапно Alfred выходит на свет. Он фотографирует. Так, друзья, ну и что у нас? Последняя, последняя у нас уже глава. 14. Felix und Helmut sitzen in der Pension beim Frühstück. Die Tür geht auf und hereinkommt Alfred. Guten Morgen, Freunde. Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Er gibt jedem der beiden ein Exemplar der Abendzeitung. K.O.-Tropfen, die haben uns also was ins Bier getan. Tja, und ihr wart nicht die ersten Opfer. Das Ganze funktionierte so. Die beiden Männer gestern Nacht waren Wachmänner aus dem Hofbräuzelt. Die Bedienung gehörte auch zur Bande. Sie haben die Gäste beobachtet und ihre Opfer ausgesucht. Touristen mit Geld und ohne Begleitung. Am liebsten Ausländer. Die Bedienung hat die Tropfen ins Bier getan. Das Opfer musste dann auf die Toilette gehen und ist dort bewusstlos geworden. Dann haben die Wachleute das Opfer ganz offiziell aus dem Zelt getragen. Dann haben sie die Opfer ausgeraubt und zur Isar gebracht. Ganz schön clever. Felix legt die Zeitung zusammen. Die darf ich doch mitnehmen, oder? Zu Hause glaubt mir sonst kein Mensch. Так, друзья, давайте, давайте, скорее, скорее, переведем, что же, что же, что же тут происходит. Так, Felix und Helmut sitzen in der Pension beim Frühstück. Felix und Helmut sitzen in der Pension beim Frühstück. Die Tür geht auf und herein kommt Alfred. Die Tür geht auf und herein kommt Alfred. Guten Morgen, Freude. Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Guten Morgen, друзья, смотрите, посмотрите, что я вам принес. Er gibt jedem den beiden ein Exemplar der Abendzeitung. Он дает каждому из них выпуск или экземпляр вечерней газеты. Давайте, друзья, посмотрим даже, что это за, что в газете написано. Итак, написано, видите, заголовок. Vorsicht auf die Wissen. Keutropfen im Bier. Значит, внимание на, ну, на, на лугу, да? Для Oktoberfest. Значит, Keutropfen, мы с вами посмотрим, это, это капли для, для парализации, грубо говоря, жертв. По-английски это knock-out, knock-out jobs. То есть, капли, которые позволяют вывести полностью из строя жертву. Значит, Keutropfen, die Kappli, в пиве. Ну, и тут видим даже, Polizei band vor Trig dieben. То есть, полиция предупреждает о мошенниках. Так, хорошо, друзья. Итак, Keutropfen, die haben uns also was ins Bier getan. Значит, оглушающие или парализующие капли. То есть, они подмешали их нам в пиво. Tja, und ihr wart nicht die ersten Opfer. Мда, и вы не были первыми жертвами. Das Ganze funktionierte so. Die beiden Männer gestern Nacht waren wach Männer aus dem Hofbräutzelt. Все работало, ну, вся схема, да, все работало так. Те двое мужчин прошлой ночью были охранниками из пивной палатки. ДИ бединун гећрте аухќ грубанда. Овdiцанты да апслуга такжђ пала частью база. Си хабэн в гэст cohђтт удд Regentого Ќре опфа ускеут. Ани наблюдали за гэстями,wise гађтт factађн и искали ађсукэн illustrated и искали себе Опфа, Жертв vê. Туристен мит гэлд и унне бегля Egнаг. Am liebsten Ausländer. Touristen mit Geld und bez Begleitung, bez Soprowождения. Geilательно, innostranien. Die Bedienung hat die Tropfen ins Bier getan. Abflug alle Offizanten, die Kaple in Piva добавляли. Das Opfer musste dann auf die Toilette gehen und ist dort bewusstlos geworden. Dann hat sie das Opfer ganz offiziell aus dem Zelt getragen. Und dann haben sie die Opfer ausgeraubt und zu Iser gebracht. Dann haben sie die Opfer ausgeraubt und zu Iser gebracht. Но Felix zusammenlegen, да, складывает газету. Die darf ich doch mitnehmen. Oder, я могу взять это с собой, верно? Газету имеется в виду. Zu Hause glaubt mir sonst kein Mensch. Иначе дома мне никто не поверит. Так, ну и последний у нас маленький кусочек. 15. Alfred bringt seine beiden Freunde zum Flughafen. Als sie sich verabschieden, sagt Alfred, Ach, übrigens, Felix, die Polizei hat mir noch etwas mitgegeben. Gehört das dir? Meine Brieftasche. Das Geld ist weg. Aber alle anderen Papiere sind noch da. Meine Kreditkarten, mein Ausweis. Mensch, Alfred. Tja, Glück gehabt, mein Lieber. Die drei umarmen sich. Also, das nächste Mal treffen wir uns aber in Barcelona. Oder in Berlin. Oder in München. Ну и друзья, у нас последняя, прощая, уже такая завершающая статья. Alfred bringt seine beiden Freunde zum Flughafen. Alfred привозит двух своих друзей в аэропорт. Also, sie sich verabschieden, sagt Alfred. Когда они прощаются, sie sich verabschieden, прощаться. Когда они прощаются, Alfred говорит, Ach, übrigens, Felix, die Polizei hat mir noch etwas mitgegeben. Gehört das dir? Ach, кстати, übrigens, кстати, Felix, полиция дала мне кое-что еще. Это принадлежит тебе? Meine Brieftasche. Das Geld ist weg, aber alle anderen Papieren sind noch da. Мой кошелек. Деньги исчезли, но все остальные бумаги все еще там. Meine Kreditkarten. Mein Ausweis. Mensch, Alfred. Мои кредитные карты. Мое удостоверение личности. Паспорт, да? Alfred, дружище. Tja, Glück gehabt, mein Lieber. Да, повезло. Glück haben, друзья, вы начали это везти, да? Да, повезло, мой дорогой. Die drei umarmen sich. Все трое обнимаются. Also, das nächste Mal treffen wir uns aber in Barthelonne. Итак, в следующий раз мы встретимся в Барселоне. Oder in Berlin. Или в Берлине. Oder in München. Или в München. Ну что, друзья, такая у нас была книжка. Ну, она нам была полезна не только своим наполнением в качестве изучения немецкого языка, а также содержит глубокую мысль, мораль о том, что нельзя расслабляться, друзья, да? Не нужно думать, что за границей с вами ничего не может случиться. Нужно всегда быть на чеку и не давать себя надурить. Ну что, друзья, как и всегда, я призываю вас комментировать, конечно же, подписываться на наш канал. Вы уже все прекрасно знаете, что у нас есть веб-сайт ehlernetdeutsch.ru, на котором вы можете прочитать эту книгу целиком, прям с экрана, с переводом. Можете на нем учить слова. Если вам понравилась эта книга и вы хотите как-то поддержать автора, вы можете поддержать меня денюжкой, ссылочка в описании. Ну, а с вами мы встретимся в какой-нибудь другой, не менее интересной и познавательной немецкой книге. С вами был Максим, друзья. Всего хорошего. Пока-пока.